Winzik, leg Teppich hier von der Tür bis zur Kutsche. Sehr wohl. Na, wie gefall ich dir? Sehr schön. Sehr schön, wunderschön, Dorchen, meinen, meinen Hut. Vielleicht möchtest du mit uns mitkommen auf den Ball. Hast du nicht Lust? Ich weiß ja, dass ich nicht mit darf zum Schloss. Aber vielleicht darf ich wenigstens zum Fenster hereinschauen. Und wer wird hier aufräumen, hm? Und die Wäsche zum Bügeln anfeuchten? Was? Bis zum Morgen wird alles fertig sein, bestimmt. Ach, wenn du nicht genug Arbeit hast, bekommst du halt noch welche obendrauf. So, so. Aber ich... Hm? Bis wir zurückkommen, will ich hier kein einziges Körnchen mehr sehen. Den Meiss hier hin, die Linsen dahin. Ha! Und ich werde dir morgen erzählen, wie oft ich mit dem Prinzen getanzt habe. Halt mir die Schleppe. Ha! Ich würde sie dir nur beschmutzen, halte sie dir selber. Hm. Sei nicht traurig. Wir können ja auch zusammen auf dem Hof tanzen heute Abend. Verschwinde und mach uns lieber was zu essen. Ganz liebe Lieben, Ruhe halt. Du bist traurig. Ich weiß. Ich weiß. Aber nur da kann ich dir nicht helfen. Vielen Dank.